Ich weiß nicht, welche Aktien nicht ausbezahlen. Das ist auch nicht wieder technisch. Also, was halt auch so, aber... Ich habe ja die Eindruck, die Aktien zu holen. Ja, ja, aber warum? Ja, weil die noch nicht. Ja, ja, weil die noch nicht. Ja, ja, weil die noch nicht. Ja, wie du siehst. Ja, die auch nicht. Ja, die haben vielleicht nicht. Ja, die haben vielleicht nicht. Ja, das ist so. Ja, das ist so. Ja, ich habe da wirklich keinen Heimblick. Ich habe mir da auch nicht reingezogen, aber da muss man da so sehen, dass ich hier nicht so zu jahre. Ja, das ist einfach. Ja, das ist einfach. Ja. 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 Und das kommt doch mal mit den Schiffen, oder? Ja, bei Schiffen ist das aber gut. Du sagst, da haben alle Leute rausgeschmissen, den Ortleger und Leute bezahlen. Das ist schwer. Aber die muss doch selber, wenn das so trivial sein kann. Wenn das so umsichtig ist, dann wer da auch Blöcke daran so machen will. Ja, und das glaubst du, dass die andere so blöcke. Ja, so ne. Ich hab ja schon, dass da überall irgendwo in Köln wird, und da irgendwie zumindest versuchen kann, das Verlöcke zu machen. Was für den Kinderwagen? Ja, da muss ich aber gleich in den Gellrucke, ich hab die Gegenteil, aber hier wird nicht ein anderes, das wird, sagen wir mal, so wie gesagt, in der Wetter oder oben. Ja, das ist nicht das, wenn wir hier wollen, ich bin mal so, so. Der Kinderwagen? Ja, muss ja da aber gar nicht in Gellrucke, ich noch rausziehen, ne. Wie geht es? Es geht um einen Schuss. Kommt! Komm! 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 Der ist so gekauft, ist lauer Leonie? Ja. Guck mal, jetzt muss ich das jetzt. Hast du den Hofer? Ja. Hast du Mama und Hofer gekauft? Ja. Super. Nicht rausschmeißen, festhalten. Kannst du ihn rausschmeißen? Da ist das Boden, genau. Danke. 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 Jetzt können Sie zugucken. Leute, ihr müsst schon einsteigen oder von den Türen weggehen, sonst können wir gar nicht mehr fahren. Guck mal. Der Mann hat nur Geräte, schaff dir die Tür frei, mach. Also nur soviel dazu. Ich habe noch fünfeinhalb Stunden Dienst. Wir können gerne hier stehen bleiben, noch vier Stunden. Das ist Leonie, hier, hier, da können wir nicht jemanden schicken. Ja, das ist dein Tier. Hallo, Leonie. Hallo. So möchtest du dich gut sein? Ja. Dann kann man tauschen machen, okay? Ja. Dabei geht es wieder Leonie. Dann lassen wir da rein, okay? Ja. Das ist Leonie, jetzt sieht's, so. Das ist Leonie. Oh, wo ist der? Doch. Jetzt ist ich noch mal. Oh, hier sind wir. Ich bin nicht dran. Ah, ich bin nicht dran. Nein. Nein. Dann stammen Sie noch, dann, dann machen Sie mal. Wir ziehen sich an. Ich bin nicht dran, wir kommen wieder nach Hause. Bitte noch, bitte noch mal. Ich bin nicht dran. Das ist es für dich. Aber das ist ein garer Ort. Dann gehen wir mal unterwegs als du mit.